Es war wohl ein Terroranstalter am Kölner Hauptbahnhof. Die Mädchen da mit brennenden Füßen aus dem McDonalds rausgerannt und so. Die haben da alles gefunden. Wenn da richtig was passiert wäre, hätte es vielleicht tausende Tote gegeben. Dann müsst ihr euch mal überlegen. Der IS ist unter uns. Wir sind alle in Gefahr. Was alles passieren kann. Sachen gibt. Nevermind. Destroy. Goodbye. Take care of yourself guys.